So Was ist das denn jetzt? Ursprung der schwarzen Hand Sehr gut, jetzt mache ich eine mobile Eingrachtstruppe schon mal fertig Feindliche Einheiten in Sicht Ausbildung Unser Stützpunkt wird angegriffen Was? Reparatur 3 Jetzt müsst ihr leider sterben Tut mir leid Tiberium fällt abgebaut Aber ihr habt es ja nicht anders gesehen Wartestellung So, jetzt kann ich den da noch Einheit wird angegriffen BAMS Fahr in Position Wenn im Gleiter bereit zum Abheben Scannende Nähe Wir warten dort Wir schleichen uns an Jupp Was ist denn die Flachstelle? Ja keiner Kann man Nein, kann ich noch nicht Finde ich noch wahrscheinlich Ah ja Fahre in Position Ganz leise Kann ich den klar machen Fahre in Position Einheit wird angegriffen Niemand passen dort Wir müssen näher ran Fangen Schön ruhig So, das war jetzt aber ein möglicher Widerstand hier Erledigt sich schnell Brücke vor Jetzt Fahre in Position Bringen wir es hinter uns Ah ja Ausbildung Schießen Sie los Die stationieren wir mal in der Mitte In Wartestellung Und jetzt vernichten wir Erstmal Feier Einheit gefördert Feier 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 Oh Gott Erledigt sich schnell Wie im Panzer noch Egal, ist falsch Lassen Sie aus Einheit wird angegriffen So, jetzt zerstört einmal sein Tempel Lass ruhig Einsatzziel erreicht Bringen wir es hinter uns Ja Feindliche Einheiten in Sicht Ja, fangen wir nach Dieben klar machen Marcion flieht Zerstören Sie seine Eskorte Dann haben wir diesen Ketzer Jo Wer haut ab? Feigling! Dafür wurden wir ausgebildet Bin gleich dort Einheit Wie siehts aus? Einheit wird angegriffen Scanner in der Nähe Wir müssen näher ran Schnell, Katan Ist aber jetzt hier eng Patrouille bereit Verstanden Erledigt sich schnell Feuer Ja Irgendwas gesehen? Ausbildung Schießen Sie los So Wir haben Sie auf dem Radar Einheit wird angegriffen Alles klar Mach Sie fertig Wir haben Sie Sie können nirgendwo hin Oh, das ist nicht Ziel wählen Ziel wählen Alles klar Ausbildung Ausbildung Schnell Notmod Sie sind schön schnell Ausbildung Sie können nirgendwo hin Wir haben Sie Nein Notmod ist bereit Holen wir Sie uns Holen wir Sie uns Sie können nirgendwo hin Sie können nirgendwo hin Gehen wir auf die Acht Notmod ist bereit Ich habe Sie Wie siehts aus? Notmod ist bereit Dafür wurden wir ausgebildet Wie siehts aus? Mach Sie fertig Notmod ist bereit Bleib dran Notmod ist bereit Verstanden Wir greifen an Einheit verloben Wir verschwenden Zeit Wie siehts aus? Ja Einheit Notmod ist bereit Worauf warten wir noch? Empfange Nachricht Kane braucht Marsion lebend Bringen Sie seinen Transporter zum Exfiltrationspunkt Exfiltrationspunkt Notmod ist bereit Meine Geflums Leute Notmod ist bereit Okay Schießen Sie los Extrahierungspunkt, früher ist das Evakuierungspunkt Verstanden Ich bringe Licht Meine Gefolgsleute Alles ruhig Wir verschwenden Zeit So, was haben wir hier? Realisierung Okay Mission erfolgreich 22 Minuten Gut Creen Ja, mein Bruder Ich bin noch unter den Lebenden Nein Was ist mit dir, mein Sohn? Du scheinst dich ja gar nicht zu freuen Wenn Wenn ich gewusst hätte Hättest du mich dann nicht verraten Das war hervorragende Arbeit, mein Kind Die schwarze Hand wird ihren Irrweg verlassen Genau wie Bruder Marcion Ist es nicht so Werter Bruder Hier Meine Gefolgsleute Ich habe die Bruderschaft verraten Die schwarze Hand ist wieder ein Bestandteil unserer Armee Ich habe die Erinnerung an Cain verraten Ebenso wie unsere Sache Andere müssen leider erst noch bekehrt werden Die GDI Die GDI hat mich benutzt Sie hat mich aufgebracht gegen den größten Propheten unserer Zeit Eine Vision Ein Ziel Viele würden uns folgen Aber sie haben Angst Sie fürchten Die GDI könnte zu stark sein Wir müssen diesen Menschen vor Augen führen Dass unser Feind schwach ist Deshalb brauchen wir Eine große Geste Komm, mein Bruder Es wird Zeit Das Gesicht der Zukunft zu sehen Eine große Geste Nach Marcion's Rückkehr in den Schoß der Bruderschaft Steht Notts Auferstehung kurz bevor Alles was Cain jetzt noch braucht Ist ein Zeichen Eine Tat Eine Botschaft an alle Gläubigen Dass die Bruderschaft wieder erstarkt In Zentralaustralien versucht Dieser Tage ein Forschungsteam der GDI Die ungezähmte Macht des Flüssig-Siberiums zu bändigen Würden die ihre Experimente destabilisiert Wären die Folgen katastrophal Bald wird alle Welt Zeuge der Wiedergeburt Nords werden Ja, hier mache ich jetzt gleich einen Schnitt Ich starte nur die Mission Initialisiere Video Ablink Die schwarze Hand war so großzügig Uns ihre Waffen und Geheimdienstdaten Zur Verfügung zu stellen Wir haben die Koordinaten Eines geheimen Forschungszentrums Der GDI Wenn es uns glückt Diese Experimente zu Destabilisieren Dann wäre eine Tiberium-Kontamination Die Folge, die unvorstellbar ist Und es ist ein Signal an die Gefolgsleute Nords ist auferstanden und kampfbereit Waut Empfange Nachricht Die Zerstörung der geheimen Forschungseinrichtung der GDI Müsste eine gewaltige Tiberium-Explosion auslösen Verhelfen Sie Cain zu seiner großen Geste Das ist eine große Geste Geheimdienstdaten aktualisiert Tatsache zu stabilisieren Und eine weitere Explosion in der Anlage Bla 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 Neues Bonusziel Deaktivieren Sie das Kraftfeld des Forschungskomplexes Gut Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen So Wie gesagt, an der Stelle Müsste den Schnitt Ach, das kann ich jetzt auch bauen Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Wenn es heißt Let's Play Command & Conquer 3 Cain